Eine Botschaft für dich, eine Kurzbotschaft. Der Turm. Ich habe hier für dich das Krusten aufbrechen werden. Etwas, was so festgefahren ist, wird gelöst werden. Ich habe hier auch so eine Starreheit, die keinen Raum und Platz mehr in deinem Leben hat. Und deswegen wird das hier zusammenbrechen, durchbrechen. Ich habe hier einen Durchbruch, einen Umbruch. Für einige habe ich auch etwas, würde komplett aufhören zu existieren. Aber das ist nur zu deinem Besten.